Mara wechselt das Brainstorming. Diesmal gibt es die heiße Kartoffel, in diesem Fall ein Ball. Das Team soll sich dieser heiße Kartoffel zuwerfen. Fängt ein Teammitglied die Kartoffel, ergänzt sie oder er eine weitere Idee. Und das so schnell wie möglich, denn die Kartoffel ist ja heiß. Mit dieser Art von Brainstorming lockt Mara ihr Team aus der Reserve. Keine noch so abwegige Idee soll zurückgehalten werden. In kurzer Zeit entstehen eine ganze Reihe neuer Ideen, die Mara für das Team mitschreibt und an Bord ergänzt.